Milzmiss mit drei Keulen. Hallo, ich bin Sophia. Willkommen bei Jongier für Sand. Wir schauen uns heute gemeinsam den Trick Milzmiss mit drei Keulen an. Bevor wir den mit drei Keulen üben, übt ihn bitte mit Bällen. Es ist ein wirklich schwieriger Trick. Wir haben für die euch in der Beschreibung einen Link zu unserem Video Milzmiss mit drei Bällen hinterlassen. Bevor ihr ihn also mit Keulen übt, guckt euch erstmal das Video an und wenn ihr dann bereit seid, machen wir hier direkt weiter. Milzmiss mit drei Keulen sieht folgendermaßen aus. Ich habe es gerade schon einmal gezeigt. Milzmiss ist ein Trick, wobei sich die Arme überkreuzen und wieder entkreuzen und ist mit drei Keulen ein bisschen schwieriger als mit Bälle, weil mit den Keulen einfach noch mehr Platz vom Körper blockiert wird und deswegen die Gefahr eines Zusammenstoßes der Keulen größer ist. Wichtig dabei ist also, dass ihr die Bewegung, die ihr mit den Keulen macht, wie auch mit den Bällen, das ist genau das gleiche Muster, dass ihr die Keulen ganz gerade sauber wirft. Mit Bällen macht ihr mehr eine Kreisbewegung. Die Keulen bleiben sehr statisch an dem Platz, um eben das Zusammenstoßen der Keulen zu vermeiden. Wir fangen also mit den zwei Keulen oben wieder an und haben drei Würfe nach rechts, eins, zwei, drei, wobei immer die nächste Keule ein bisschen weiter fliegt als die Keule davor. Wenn wir alle drei Keulen rechts haben, geht es wieder zurück, eins, zwei, drei nach links, wo auch hier immer eine Keule wieder ein bisschen weiter fährt als die andere. Einmal hin, drei Keulen nach rechts und wieder zurück, drei Keulen nach links. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, rechts, 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 links, 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 rechts, 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 links, links, links. Das Muster ist genau dasselbe wie mit Bällen auch, deswegen müsst ihr es einfach jetzt nur mit den Keulen umsetzen können. Versucht die Würfe gleichmäßig und gerade zu halten, dann kriegt ihr das auf jeden Fall hin und habt dann den Milzmessball drin. Das war der Milzmess mit drei Keulen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben auf unserem Kanal noch jede Menge anderer Videos für euch vorbereitet. Abonniert am besten den Kanal und gebt uns ein Like, wenn euch das Video gefallen hat und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder für das nächste Video. Bis dahin!